Hallo, mein Name ist Legendkiller und ich zeige euch heute, wie ihr die Trophäe auf Gold gestoßen bekommt. Dafür müsst ihr einfach im Karrieremenü auf Scout gehen, dann auf Scout-Aufträge gehen. Dort müsst ihr dann einen neuen Scout-Auftrag erstellen, indem ihr euch einfach drei Attribute aussucht. Nur als kleinen Tipp von mir am Rande, sucht euch einfach am besten drei Fähigkeiten aus, die gut zueinander passen. Zum Beispiel ist groß und kopfballstark, wie ich finde, immer eine gute Kombination. Dann vielleicht noch einen Verteidiger, so wie ich das hier in dem Video genommen habe. Dann müsst ihr den Scout einfach noch irgendwo hinschicken. Ich nehme den deutschen Scout und schicke den auch nach Deutschland. Aus dem Grund, ich habe mir gedacht, wenn er Deutscher ist, dann ist er wahrscheinlich in Deutschland, muss er vielleicht nicht so weit fliegen. Und ja, dann müsst ihr eigentlich nur noch ein paar Tage vorsimulieren und abwarten, bis ihr die Trophäe dann bekommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid der Platin ein Stück näher gekommen. Ciao! Ciao!